Was geht ab, Community? Das ist Cilante! Wir wollen uns dann nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für dieses fette Konzert am Donnerstag im Orange House. Big ups natürlich an Jacoostics, der uns mitgenommen hat. Und wer uns am Donnerstag verpasst hat, sieht uns am 7. Mai auf dem Ufer los in Freising. Und wo, Patrick? In welcher Zeit? In der Freisinger Bankbühne. Freisinger Bankbühne. Also make it a date, 7.5. auf Freisinger Bankbühne und genießt das folgende Video, für den ihr nicht dabei wart. Aber ich meine, ihr wart ja alle da. Ich schon. Debel 뭐� ihr übertet? Musik 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 Die Leute, die anderen Ruhigweisen, heute gerne alle an von den Ruhigbeutkings. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4